Heute geht es um eins meiner absoluten Lieblingsbauwerke, und zwar das Olympiastadion in München. Ich habe mir in diesem Video das außergewöhnliche Dach genauer angeschaut. Vor allem habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wie man überhaupt ein Dach aus Seilen bauen kann. Und dann habe ich mir noch angeschaut, was das Ganze mit Seifenblasen zu tun hat. Bevor ich allerdings auf all diese Fragen zurückkomme, sollten wir erst nochmal ein paar Schritte zurückgehen und uns anschauen, was genau das Olympiastadion denn eigentlich ist. Dafür müssen wir auf das Jahr 1966 blicken, denn damals wurde entschieden, dass die Olympischen Spiele 1972 in München stattfinden sollten. Dafür musste man allerdings noch einiges an Infrastruktur errichten, besonders ein neues Stadion, damit man überhaupt genug Kapazitäten hatte, um die Olympischen Spiele in München auszuführen. Ursprünglich wollte man dafür ein klassisches monumentales Stadion errichten, allerdings wollte man dann sich ganz klar von den Olympischen Spielen 1936 in Berlin abgrenzen und da damals sehr viele monumentale Gebäude zum Einsatz kamen, wollte man was komplett Neues wagen und hat sich für einen sehr außergewöhnlichen Entwurf von dem Architekturbüro Benisch und Partner entschieden, den wir hier erkennen können. Und was sofort auffällt ist, dass man dieses Stadion hier nicht in die Höhe bauen wollte, sondern in die Tiefe. Und zum anderen fällt sofort das sehr außergewöhnliche zeltartige Dach ins Auge. Neben dem reinen Entwurf war übrigens auch das eingereichte Modell sehr außergewöhnlich, und zwar hatte man diese Zeltdächer aus Damenstrümpfen und Zahnstochern hergestellt. Und in der damals noch sehr konservativen Gesellschaft kam das nicht bei allen Beteiligten so gut an. Allerdings konnte man dann doch alle Entscheidungsträger davon überzeugen, dass dieser Entwurf sehr gut zu dem Leitspruch der heiteren Spiele passt und somit wurde entschieden, dieses Bauwerk zu errichten. Obwohl entschieden wurde, diesen Entwurf umzusetzen, so waren doch viele Ingenieure nicht davon überzeugt, dass man überhaupt diese Zeltdachkonstruktion bauen konnte. Wie man das trotzdem geschafft hat, das schauen wir uns gleich an, allerdings sollten wir uns jetzt zunächst mal allgemein mit Seilkonstruktionen beschäftigen. Auf den ersten Blick wirkt die Idee mit Seilen zu bauen ziemlich verrückt, wenn man sich allerdings dann Gedanken darüber macht, dann fallen einem doch relativ viele Konstruktionen ein, bei denen Seile zum Einsatz kommen. Zum Beispiel Seilbahnen, aber auch Hängebrücken. Was bei diesen beiden Beispielen auffällt, ist, dass Seilkonstruktionen immer dann zum Einsatz kommen, wenn sehr große Spannweiten mit möglichst wenig Werkstoffaufwand überbrückt werden sollen. Denn das Gute bei Seilkonstruktionen ist, dass dieses aus Seilen bestehende Tragwerk dabei nur auf Zug beansprucht wird und auf Zug kann man Baustoffe deutlich besser ausnutzen als auf Druck und damit kann man deutlich schlankere und vor allem deutlich leichtere Konstruktionen konstruieren. Allerdings gibt es bei dieser einfachsten Form der Seiltragwerke auch ein sehr großes Problem. Das können wir hier an diesem kleinen Modell von einem durchhängenden Seil erkennen. Wenn ich nämlich hier eine kleine lokale Last anhänge, man kann sich das zum Beispiel vorstellen als eine Schneelast, dann sieht man, dass sich die komplette Form des Tragwerks drastisch verändert und wir eben eine ganz andere Form erhalten. Und das will man natürlich bei Tragwerken, die zum Beispiel als Dach zum Einsatz kommen, möglichst verhindern. Damit man sich das Ganze nochmal besser vorstellen kann, habe ich hier noch ein zweites Modell vorbereitet und zwar von so einem sehr einfachen Hängedach. Hier können wir jetzt auch nochmal beobachten, wie sich das Ganze verformt, wenn wir hier eine lokale Last aufbringen, wie zum Beispiel die Schneelast. Und auch hier können wir wieder gut sehen, die komplette Form des Tragwerks verändert sich wieder sehr drastisch und das wollen wir natürlich nach Möglichkeit verhindern. Allerdings können wir jetzt hier bei dem Modell auch noch was erkennen, was wir bei dem anderen Modell mit dem einfachen Seil nicht erkennen konnten. Und zwar kann ich jetzt hier mit diesem kleinen Tischventilator auch noch Wind simulieren. Dafür nehme ich jetzt nochmal hier diese Last herunter und schalte den Ventilator an und dann können wir sehen, dass im ungünstigen Fall diese Dachhaut nach außen ausgebeult wird und unser komplettes Tragwerk also jetzt wieder die Form verliert. Und wie man hier sicherlich schon erkennen kann, ist das natürlich eine Situation, die man unbedingt verhindern muss. Die einfachste Möglichkeit, um zu verhindern, dass so ein Hängedach schon bei kleinen Lasten oder auch Wind die Form verändert, ist es einfach, dieses ganze Dach schwerer zu machen. Das heißt, man führt einfach eine Auflast ein, die dauerhaft auf die Dachkonstruktion wirkt und das werde ich bei dem Modell jetzt mal durch mehrere solcher Gewichte machen, die ich oben auf diese Folie klebe. Jetzt habe ich diese dauerhafte Auflast bei unserem Hängedach angebracht und wir können nochmal beobachten, was passiert, wenn ich wieder die Schneelast einführe. Dann sehen wir, die Form unseres Tragwerks verändert sich nur noch minimal. Ich lege diese Last auch nochmal an eine andere Stelle, dann können wir auch hier beobachten, die Form verändert sich so gut wie gar nicht. Wir können jetzt auch nochmal beobachten, was passiert, wenn ich wieder Wind einführe. Und wenn ich das Ganze hier anschalte, dann sehen wir auch hier wieder, die Konstruktion beult jetzt nicht mehr aus. Das heißt, wir haben jetzt einfach eine deutlich formstabilere Konstruktion als vorher. Ja, und woran liegt das, dass sich die Form jetzt beim Einführen von der Last oder auch von Wind so gut wie nicht mehr verändert? Das liegt daran, dass eben die Kräfte, die durch die Last oder durch den Wind auf das Tragwerk wirken, verhältnismäßig gering sind im Vergleich zu der überhaupt schon auf dieses Tragwerk wirkenden Kraft durch die angebrachten Gewichte. Allerdings erkennt ihr sicherlich auch sofort, dass wir die Vorteile, also dass unser Tragwerk so leicht und schlank ist, natürlich durch Anbringen dieser Gewichte zerstört haben. Daher schauen wir uns jetzt nochmal eine deutlich elegantere Lösung an. Und zwar können wir diese Gewichte, die ich eben auf der Plane angebracht habe, auch einfach durch weitere Seile ersetzen. Wenn wir uns dafür nochmal unser durchhängendes Seil von eben anschauen, dann kann ich einfach hier rüber ein sogenanntes Spannseil spannen und wir erkennen, dass unser Tragwerk damit sofort deutlich stabiler wird. Wenn ich jetzt wieder lokale Lasten, wie zum Beispiel eine Schneelast oder ähnliches, hier drauf anbringe, dann sehen wir, dass sich die Form des Tragwerks nur noch ganz minimal verändert und weitaus nicht mehr so drastisch, wie wenn dieses Spannseil hier nicht existiert. Und das kommt daher, dass dieses Spannseil eben genau den gleichen Zweck wie eben unsere Gewichte erfüllt, indem es also diese ganze Konstruktion schon unter Spannung setzt und dadurch weitere an das Tragwerk angebrachte Lasten jetzt einfach nur noch einen sehr kleinen Effekt haben können, weil nämlich diese Lasten durch die weiteren Gewichte jetzt auch einfach relativ klein sind im Vergleich zu den Lasten, die schon durch diese Spannseile auf die Konstruktion wirken. Wind stellt jetzt auch kein großes Problem mehr dar, weil das Tragwerk jetzt nicht mehr rein von der Schwerkraft abhängig ist. Bei dem durchhängenden Seil, da ist es so, dass die Form eben durch die Schwerkraft bestimmt wird. Das können wir auch daran erkennen, dass wenn ich dieses Modell auf den Kopf drehe, das Ganze einfach gespiegelt wird und das Seil jetzt nach unten durchhängt. Und das hat dazu geführt, dass, wie wir eben bei dem anderen Modell erkennen konnten, die ganze Struktur ausgebeult werden kann. Wenn also hier Wind angreift, kann das Ganze sozusagen nach oben wegfliegen oder nach oben gedrückt werden. Das ist aber durch das Anbringen von so einem Spannseil auch verhindert. Das können wir jetzt auch nochmal kontrollieren, indem ich einmal dieses Modell auf den Kopf drehe. Und dann können wir sehen, die Form unseres Tragwerks bleibt bestehen, auch wenn ich das Ganze auf den Kopf drehe. Ja, das bringt uns jetzt zurück zum Olympiastadion. Diese Konstruktion, die wir eben an dem Modell gesehen haben mit den Spannseilen, das nennt man eine vorgespannte Seilkonstruktion. Und das Olympiastadion besteht aus ganz vielen einzelnen solcher vorgespannten Seilnetze. In dieser Zeichnung hier können wir einmal die Überdachung über der Tribüne erkennen. Und hier können wir sehen, dass diese komplette Überdachung aus ganz vielen einzelnen solcher vorgespannten Seilnetze besteht. Die einzelnen Seilnetze bestehen jeweils immer aus einem Tragseil und einem Spannseil, wie Sie hier einmal in der Zeichnung sehen. Und hier dann auch nochmal bei dem echten Stadiondach. Die hierbei nach unten gewölbten Seile, das sind die Tragseile und die nach oben gewölbten Seile, das sind die Spannseile. Die einzelnen Maschen dieses Netzes sehen auf diesem Bild hier relativ klein aus, sind in der Realität aber eigentlich ziemlich groß. Die haben nämlich Maße von 75 cm auf 75 cm. Und um damit dieses riesige Stadiondach zu bauen, braucht man insgesamt über 400 km Stahlseil, was ich unglaublich viel finde. Eine besondere Anforderung an das Stadiondach war, dass die Zuschauer einen ungestörten Blick auf das Spielfeld haben sollten. Das heißt, es war nicht möglich, Stützen oder Seile vor der Tribüne zu platzieren. Nach hinten konnte man die Netze über solche bis zu 80 Meter hohen Pylonen abspannen. Das sind diese sehr dicken Stahlrohre, die wir hier erkennen können. Die Pylonen wiederum werden dann über solche schräg gespannten und im Boden verankerten Seile fixiert. Die einfachste Möglichkeit, die Netze auch nach vorne abzuspannen, wäre es gewesen, eine ähnliche Konstruktion wie hier auch hier vorne nochmal zu wiederholen. Das war aber ja allerdings nicht möglich, weil man den Blick auf das Spielfeld nicht blockieren wollte. Um die Seilnetze trotzdem auch nach vorne hin abspannen zu können, hat der Ingenieur Frei Otto sich eine ziemlich geniale Lösung ausgedacht. Und zwar befindet sich hier an der Front des Daches ein sogenanntes Stadionrandkabel. Und dieses Stadionrandkabel, was eigentlich aus mehreren einzelnen Stahlseilen besteht, das zieht sich einmal an der kompletten Dachfront entlang und wird rechts und links des Spielfeldes jeweils im Boden verankert. Und über dieses riesige Seil werden dann die kompletten Kräfte, die eben hier zum Spannen dieser Netze benötigt werden, in den Boden abgetragen. Wie enorm diese Kräfte sein müssen, kann man sich ungefähr vorstellen, wenn man sich mal anschaut, wie diese Kräfte im Boden verankert werden. Das geschieht nämlich über diese riesigen Fundamente, die wir hier erkennen können. Und die sind so groß wie kleine Einfamilienhäuser, also wirklich unglaublich groß. Aber durch dieses riesige Stadionrandkabel gelingt es dann auch, diese Seilnetze nach vorne hin zu spannen. Neben den Seilnetzen selbst ist beim Olympiastadion ja gerade auch die Eindeckung dieses Seilnetzes ein sehr besonderes Alleinstellungsmerkmal. Und zwar diese riesigen 3x3 Meter großen Plexiglasplatten. Interessanterweise hatte man ursprünglich gar nicht vor, das Dach durchsichtig zu gestalten, sondern man hatte eigentlich in Erwägung gezogen, das Dach entweder mit Holz oder mit dünnen Metallplatten einzudecken. Dann hat allerdings das damals noch sehr junge Farbfernsehen die Forderung gestellt, das Dach möglichst durchsichtig zu gestalten, sodass kein Schatten auf das Spielfeld geworfen wird, sodass man dann dort einfacher filmen kann. Ich muss sagen, das finde ich aus der heutigen Perspektive betrachtet ziemlich verrückt, wenn man bedenkt, dass ja gerade diese durchsichtige Dachhaut diese besondere Architektur des Olympiastadions ausmacht. Anfangs hatte ich euch ja versprochen, dass das Olympiastadion irgendwas mit Seifenblasen zu tun hat, deswegen schauen wir uns jetzt das nochmal kurz an. Dafür müssen wir uns kurz nochmal mit dem Architekten und Ingenieur Frei Otto auseinandersetzen, denn der hat in den 50er Jahren viele Zelte gebaut. Allerdings jetzt nicht diese kleinen Zelte, mit denen man campen fährt, sondern große Überdachungen für Veranstaltungen und Ausstellungen. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass immer wenn er Zelte konstruiert, bei denen die Flächen in die verschiedenen Richtungen unterschiedlich große Spannungen haben, sich dabei Falten bilden, das Ganze schwer zu produzieren wird und sich auch einfach nicht so gut die Form halten. Hingegen, wenn er Flächen baut, bei denen die Spannungen in alle Richtungen ungefähr gleich groß sind, dann funktioniert das Ganze deutlich besser. Und dieser Zustand, dass die Spannungen in der Fläche in alle Richtungen gleich groß sind, der tritt genau in Minimalflächenform auf. Und das ist gleichzeitig auch die Form, die eine Seifenhaut einnimmt. Um die optimalen Flächen für seine Zelte bestimmen zu können, hat Frei Otto dann immer kleine Drahtmodelle gebaut und diese in Seifenblasenflüssigkeit eingetunkt und konnte dann an den Seifenhäuten, die dort entstanden sind, die optimalen Flächen für seine Zelte ablesen. Ich habe hier jetzt mal ein bisschen Seifenblasenflüssigkeit besorgt und damit können wir jetzt mal testen, wie das aussieht, wenn man so ein Seifenhautmodell macht. Dafür habe ich hier dieses kleine Konstrukt angefertigt, was ich jetzt hier in die Flüssigkeit eintauche. Und wenn ich das Ganze langsam wieder rausziehe, dann sehen wir, dass so ein Seifenhautmodell entsteht. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera halbwegs erkennen. Ja, und das nimmt ungefähr die Form an, die eben so ein Dach dann auch hat, was von Frei Otto konstruiert wurde. Und genau an diesen Sachen, die er über diese Modelle herausgefunden hat, hat man sich dann auch orientiert, um das Olympiastadion zu bauen. Bei einigen Aspekten des Bauwerks, also bei einigen Teilen dieser Dächer, hat man tatsächlich auch Seifenhautmodelle benutzt, um dann diese Dachkonstruktion zu konstruieren. Damit sind wir schon wieder am Ende des Videos angelangt. Und zum Schluss kann ich euch wirklich nur empfehlen, dass ihr, wenn ihr mal in München seid, euch unbedingt das Olympiastadion anschauen müsst. Das ist wirklich eines der mit Abstand schönsten Bauwerke, die wir hier in Deutschland haben. Es gibt auch noch unglaublich viele spannende Aspekte, die ich jetzt in diesem Video nicht behandelt habe. Das heißt, vielleicht mache ich auch nochmal ein zweites Video zu dem Thema. Wenn ihr also Fragen habt, dann vergesst auf jeden Fall nicht, diese in den Kommentaren zu stellen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann vergesst natürlich auch nicht, meinen Kanal noch zu abonnieren. Und dann sehe ich euch wieder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank.